Hallo und Willkommen zurück bei SagaFunk 277. Wir holen unsere Belohnung ab. Das ist jetzt nicht Musik, die ich unbedingt hören würde. Könnt ihr mal hören, was läuft bei Moral Rock? Niemals. Aber krass, meine Streetcred ist fast schon, das war ja mal 50 Max Level, ne? Noch drei Aufträge. Zwei haben wir. Oh, alle drei haben wir schon. War das sonst nicht immer so, dass man den letzten Auftrag nie machen konnte? Erst wenn man weiterholt? Egal, wir machen es. Na ja, fein. Wie? Militech ist hinter einem von meinen Leuten her. Er sitzt verletzt in der Wohnung in Kabuki. Versuch's doch mal, mach schon. Der Konzern hat den ganzen Block abgeriegelt, also musst du das für mich erledigen, okay? Hey, Details an bei. Hey, schon gehört? Toni ist jetzt ein Krüppel. Verarsch mich nicht. Ich kann tun, was immer ich will. Hey, dann... Yo, was willst du? Wohl eher, während du dich besäufst. Versuchen wir's nochmal. Diesmal freundlich. Sonst wird's ungemütlich. Bro, hörst du den scheiß Motherfucker? Was willst du? Sag schon. Kennt ihr einen Weg rein an den Militech-Fleischbergen vorbei? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. 100 Eddies Kumpel. Was soll der Scheiß? Erkennst du keinen Bruder, wenn er direkt vor dir steht? Milischweine in der einen Ecke, du in der anderen und ich in der Mitte, oder was? Hey, hey! Woher hätte ich wissen sollen, dass du ein Bruder bist? Jo, sag's einfach und wir geben dir die Infos. Okay, Redit. Wie komm ich da rein? Ist ja gut. Chill mal. Um die Ecke ist ne SBE-M. Gibt nen echt guten Schwung. Hoch zu den Rohren. Von dort ist es nur ein Sprung zur Feuerleiter. Schön vorsichtig, Bro. Und bricht dir nicht die Beine! Ich glaub, so bin ich da tatsächlich noch nie reingegangen. So komm ich tatsächlich an die Heckdinger ran. Ich bin nie hier hochgekommen, oder was, an das Heckding. Wobei, das waren doch zwei Heckdinger übereinander, mein ich. Achtung vor, go home! Achtung vor, go home! Konzerne schlachten wir gerne ab, auch wenn die nichts für uns haben. Und schon wieder reingelegt, bitte die anderen, nicht mich. Hab ich doch. Ich könnte jetzt hier nach oben gehen oder hier noch ein paar Militech-Leute platt machen. Okay, ich komm an dem nicht vorbei, wir gehen oben rum. Normalerweise komm ich ja immer von der Seite, also von unten, weil ich immer anders reingegangen bin. Deswegen ist das natürlich auch gerade sehr interessant. Schöne Scheiße. Inhalierer. In der Tasche. Okay. In der Tasche. Und, fühlst du dich besser? Fuck, genau das hab ich gebraucht. Danke. Bist du Tiny Mike? Ja, als ich wahre. War's das mit den Formalitäten? Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Was du nicht sagst. Ich kenn den Weg hier raus, aber um die Konzernpisser musst du dich kümmern. Was du nicht sagst, deshalb bin ich hier. Na dann, können wir los? Keine Zeit zu verlieren. Los geht's. Können wir hier raus? Leider nicht. Warte mal. Reggie hat sich gemeldet. Ja. Wagen für uns. Der parkt draußen. Slaughterhouse. Folge deinem Ding. Ich frage jetzt, wo geht der lang? Psst, draußen. Hör mal. Da links ist die Tür zu diesem chinesischen Laden. Bin mir 80% sicher, dass ich sie aufbekomme. Und dann sind es nur noch ein paar Schritte in die Freiheit. Was soll das heißen, 80%? Bist du dir sicher oder nicht? Klare Antwort. 80% ist nicht 100. Aber hey, es ist nah dran, oder? Hör mal los. Ich überleg's mir unterwegs. Okay. Hier waren wir ja schon mal drin. Oh shit. Den hab ich nicht gesehen irgendwie. Ich mein, ich kann die ganzen Militech-typisch auch platt machen. Passt auch mehr zu uns, ne? Weißt du was? Machen wir. Der droppt ja doch. Scheiß Konzerne. Tag-Tisch. Wo ist das? Die Position übernehmen. Da wir sind auch in der Kopf. Ja. Sie sind auch in der Kopf. Ich muss auch in die K Dipl. Sie sind auch in der Kopf. So, jetzt können wir durchgehen. Ich bin auch sogar schnell mit der Knarre. Komm ran. Hier rein. Puh, Zeng hat mich noch im System. Ist nur eine Frage der Zeit. Machen wir die Militech-Typen fertig. Ich gehe gleich zurück, vielleicht hatten die ja gut. Haha, so eine irre Scheiße. Hier. Okay. Was, ich soll mitfahren? Muss ich die Knarre leider wegtun. Hab die Militechs noch nie so erlebt, musst du ihnen was Wichtiges geklaut haben. Sagen wir, sie werden nicht gerne an ihre eigenen Fehler erinnert. Das war keine Antwort. Je weniger Leute wissen, was ich geklaut hab, desto mehr Eddys ist es wert. Du bist Söldner, du kennst das Geschäft. Du hast da eben Zeng erwähnt. Sollte mir das was sagen? Zeng? Hab ihr mit dem Laden hier geholfen, bevor ich untergetaucht bin. Aber Frühlingsrollen war nicht wirklich mein Ding, weißt du? Warum ist dein Biosignal noch in ihrem System? Vielleicht für schlechte Zeiten, wenn ihr Mann nicht da ist. Kommst du allein klar? Wieso fährst du nicht rein, Herr Kollege? Ich bin ja schon groß. Okay, das war's. Ich geh dann mal. Da wär noch was. Ich weiß nicht mal, wer mein Retter war. Wie nennt man dich? Wie? Wie? Nur wie? Okay, meinetwegen. Wir sehen uns wie. Pass auf dich auf, Tiny Mike. Was macht ihr denn hier wieder? Ja, man scheint, vermehren die sich auch wie die pflegen, ne? Hey, hey, siehst du das da? Dieses Ding! Da drüben! Hey, bist du high oder was? Ich seh kein Ding. Afterlife seltener. Nee, siehst du nicht. Aber ich schon. Wie so eine Art. Gelitsch? Nur einen Moment lang. Aber es war... Wunderschön und echt verstörend. Licht und Dunkelheit vermischt. Wie wenn man zu lange in die Sonne guckt. Ich glaub, das sind die Taubharten. Solltest du vielleicht mal deine Optik überprüfen, oder? Hat der Ripper-Doc auch gesagt. Hab sie dieses Jahr schon zweimal ausgetauscht. Shit. Oh, die sind was stärker. Das sind halt Afterlife, Leute, ne? Im Afterlife hab ich eigentlich auch kein Beef. Aber ich hab gehofft, die haben gute Waren da. So. Also die Moxys lassen wir in Ruhe. Das Afterlife... Lassen wir jetzt auch erstmal in Ruhe. Ab jetzt safen wir auch. Dass wir hier direkt voll machen können. Versuchen immer mal hier das Radio. Also hier ist 250 Pd. Die Mails in Ruhe ist 60 Pd. Das ist trindbar! Und jetzt, готов! Jetzt 갇pus! Oh Leute. An alle Einheiten in der Nähe. Wir haben ein Problem in Wurzeln. Verstandszentrale. Wen wundert's? Wir sind gleich da. Hey, wie? Der Sohn von Aratikab-Boy ist einer Überdosis Glitter gestorben. Du hast bestimmt davon gehört. Neue Hardcore-Droge auf den Straßen. Arati will, dass du das Glitter-Labor in einen Krater verwandelst. Im Hohmann findest du mehr Infos über Arati und diese ganze Scheiß-Situation. Lass dir den Rücken machen lassen. Ich verhübe die Schmarrer in den divertidas. Geft die Fuck. Ach! Ballert jemand? Bringen wir's hinter uns! Zeig dich! Ausgelöscht. Muss wahrscheinlich nach unten, aber ich geh erstmal nach oben. Nach oben geht gar nicht. Gut, gehen wir nach unten. Unten. Du kannst mich nicht verschwären, Zeig. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne... Ich würde mal kurz sagen, dass du so was machst. Ich bin schon hier dran und nicht sympathisch. Ach! Ich würde doch wirklich mal wegwerfen lassen. Oh... Oh, okay! Im Moment sterben die auch. Oh... Bei einem vernünftigen Schuss dem Außersehen eh gedrückt So jetzt eine Bombe platzieren So hier soll irgendwas sein Vielleicht habe ich es weggesprengt Aus Versehen Ist hier sonst nichts So 55 1C 1C 55 Keine Ahnung Ob ich die nicht so ausschalten kann Wahrscheinlich war der Winkel nicht gut Vielleicht wenn die mich einmal entdeckt haben Dann geht es nicht Also muss ich es machen bevor die mich entdeckt haben Die Möge Die Möge Die Möge Die Möge erst wenn die verstärkung holen bringt denn das nichts sollen sie lieber 200 leute gleichzeitig holen das bringt mehr habe ich auch mehr loot so können wir schon mal guck mal jetzt ist er hier auch ganz weg ne so letzte mission das war das labor genau wie bestellt natürlich wird es weiterhin glitter geben aber wenigstens haben wir die wichser eine menge geld gekostet und eins noch was ist da los die ausrichten wie dankbar sie ist also danke und bis dann kein ding so da stand eben noch immer 21 aber es muss jetzt 22 stehen ja letzte mission so I stopped out. So, und jetzt haben wir schon so viele Folgen gemacht und wir hängen immer noch im Anfangsgebiet rum, ne? Die ganzen anderen Stadtteile haben wir noch überhaupt nichts gemacht, weil wir da nicht rauskommen. Aber dafür sind wir mit Watson dann, wenn wir Regina durch haben, eigentlich fast komplett fertig. Hey, es geht um einen Mox-Mitglied. Mit der stimmt was nicht. Vielleicht Cyberpsychose. Mein Kunde ist in Gefahr und du musst ihn da rausholen. Ich wäre dir echt dankbar, wenn du mir helfen könntest. Infos anbei. Ja? Töten oder? Cyberpsychose. Ich höre es. Wer bist du? Nicht zufälligerweise ein Doc? Regina schickt mich. Natürlich. Die ist immer auf dem Laufenden. Hell Cantos. Wo ist er? Weiß nicht. Wahrscheinlich unten. Hab ihm gesagt, er soll sich verstecken. Was ist mit deinem Arm los? Was ist denn hier passiert? Hell sollte ein... ein BD für uns entschlüsseln. Hat er auch. Zumindest meinte er das. Ging voll in die Hose. Als Annie eingetaucht ist... hab sie noch nie so schreien hören. Sie ist ausgerastet und... Kannst dir den Rest vorstellen. Dieser Cyberpsycho. Ich muss was unternehmen. Ja. Bring sie um. Wenn du weißt wie. Verlink dich mit ihr. Durch unser Local Net. Um was von ihrem Chrom auszuschalten. Bex? Du kannst dich... mit ihr verlinken. Wo steckst du? Sie ist in der Nähe. Schlag zuerst zu. Hm. Na ja. Gucken wir erstmal ein bisschen hier. Holen uns... den Loot. Mach dir auch so platt. Könnte nur ein bisschen wehtun. Wo steckst du? Wo? Wo? Ich kann dich nicht. Ich weiß mit ihr ja. Ihr kann ich mich nicht haben. Wo steckst du? Wo? Wo? Schade. Das hätte ich jetzt gerne herausgefunden. Ich bin mal gerade... Wo mach ich denn das? Ich weiß, du bist hier. Ach so, das ist wenn ich mich mit ihr verbinde. Ja gut, kann ich nicht. Gut, da müssen Fäuste sprechen, ne? Wo steckst du? Was? Wo? Den mach ich alle. Meine Mount is Clown können wir nicht. Ich habe sie sogar leben gelassen. Danke für die Mantis Clown. Wo ist das Radio? Ich würde wissen, welcher Sender das ist. Komisch, dass diese Dinger nicht mehr angezeigt haben. Ach, wahrscheinlich, weil ich den Chip nicht mehr habe. Weil ich den Chip nicht mehr habe. Wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Das kann es sein. Ich lute erst und suche das Radio. Oben. Da ist kein Radio. Wo ist denn das? Wo ist denn das? die Unternehmern TensorFlow 2 Al, lebst du? Psst, nicht so laut. Hast du die Sicht überhaupt erledigt? Hab ich. Du kannst rauskommen. Endlich. Ich dachte schon, ich ersticke hier. Ja. Aber sie sieht mies aus. Blutet viel. Kannst du sie wieder zusammenflicken? Ich nix. Aber Regina wird jemanden schicken. Wird schon alles. Gut. Mein Job wär damit erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hoffe nicht, dass es ein nächstes Mal gibt. Voll verschmiert. Sehr schön. Herr ist superglücklich und kriegt sich gar nicht mehr ein. Schwärmt total von dir. Sowas spricht sich schnell rum wie... Auftrag abgehackt. Oh, den lassen wir mal. Aber was machen wir denn als nächstes? Wir scheinen jetzt alle Missionen von ihr gemacht zu haben. Das heißt, ich geh jetzt mal zu ihr. Oh, warte. Ich hol mir die Belohnung mal ab. Und dann geh ich nochmal zu ihr. Ja. Wie wär's je? Ich bin echt. Von dir. Ich bin echt. Ich bin echt. Ich bin echt. Und dann, ich bin echt. Ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, ihr wisst, wenn ihr wisst. Die haben zuerst geschossen. Die Explosion ist auch immer größer geworden. Wahrscheinlich mit jedem Techie Run. Wird die stärker und größer. Das kann ich nicht gut. ich kann gar nicht hinten einsteigen keine aufträge mehr der fährt auch noch im kreis eröffnete feuer Wir haben schwere Verluste! Konzerner! Hilfe! Ich krieg dich! Verdammt! Da muss Militech schon mehr schicken! Was ist das? Crasht er hier in mein Auto rein? So, dann gehen wir mal ins Bodyheat-Radio! Ist es warm hier? Es ist 98.7 Bodyheat! Was ist das? Ich bin der Pest. Und bevor ich anfange zu schreien... Ach! Ach so. Pünktlich zu den Jus. Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne-Hitem haben einen Durchbruch im Kampf gegen Multiple Sklerose bekannt gegeben. MS ist eine der wenigen Krankheiten, die nicht geheilt werden kann, indem man betroffenes Gewebe durch Implantatechnologie ersetzt. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Naniten zu entwickeln, die durch eine Injektion... Ich weiß nicht, wer wir die Nachrichten schon mal gesehen haben, aber die kommen ja halt alle auch bekannt vor. Hey, Martin! Überreste von Atlantic City. So, was hast du... was habe ich denn hier? Was ist denn das? Okay, schön. Ich nehme mal mit, aber das ist eigentlich auch nicht das, was ich hier bräuchte. Aber wenn wir schon dabei sind... Uh, ein Blauer, den behalten wir mal. Ja, ich behalte den Baseballschläger mal. Hm, hier hätten wir auch eine stärkere Schrot. Aber es ist keine Tech-Schrot. Wir behalten nur Tech-Waffen. Das Maschinengewehr vergleichen wir gleich mal mit dem anderen. Das kommt ins Lager. Hm... Power... Power... Das würde mehr Schaden machen. Aber es ist in den anderen Dingen nicht gut. Komm weg. So... Und du gehst ins Lager. Wird das ausgestellt? Ne, ist nicht eine der Waffen, die hier ausgestellt wird. Schade. Oh, das ist ein Wack. aus dem weg wobei hier wollte ich mich glaube ich raus aber wieso kann ich mich nicht raus porten irgendwie kann ich mich da nicht raus porten keine ahnung keine ahnung warum ich schnell reise funktioniert als meisterwerk der post apokalyptischen literatur gehandelt und das waren die weltnachrichten danke dass sie eingeschaltet haben Fernsehen leckt. Gut, wir haben jetzt überhaupt keine Quests mehr, das heißt wir gehen einmal Regina besuchen. Und wenn sie nichts hat, dann machen wir die Mainframe. Ja, 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 ja. Was ist das? So Gesperrt. Und noch nicht mehr komisch. Wie läuft's mit Max? Ist nicht einfach. Hätte mich auch überrascht. Ihm gefällt nicht, wie du jetzt drauf bist, hm? Ich mochte manche Sachen anfangs auch nicht. Mag sie immer noch nicht. Aber man findet sich damit ab. Was hat er nun vor? Das weiß er selbst noch nicht. Über die Cyberpsychosache? Da gibt's noch nichts Neues. Ich brauch noch mehr Daten. Die Organisation, die diese experimentelle Therapie entwickelt. Ich trau denen selbst nicht ganz. Wir brauchen mehr Testsubjekte, wenn das was werden soll. Okay, wahrscheinlich krieg ich die Waffe erst, wenn ich das hab. Mit den Cyberpsychos, ich weiß es ja nicht mehr. Das ist... Na gut, ich wollte gerade sagen, dass ich überhaupt nichts bekommen habe, aber das stimmt ja nicht so ganz. Ich hab ja was bekommen. Sooo... Sooo... Und wieder die Panzerung weggeschreddert. Die Panzerung weggeschreddert. wird benötigt oder eine ikonische schrotflände meine ich immer ein ikonisches leichtes sturmgewehr die söldner lassen wir mal so so dann würde ich sagen nächste folge rufen wir dann mal bei militech an also bis dann